Stealth in Assassin's Creed Mirage, wir sprechen darüber, was für Tools gibt es, wie wichtig ist das Ganze und wie unterscheidet es sich zu den Vorgängern. Naja, da natürlich auch auf AC1, 2 und Co. eingegangen, aber auch auf die letzten Teile, bleibt dafür auf jeden Fall dran. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat, ich durfte dank Ubisoft schon ein paar Stündchen AC Mirage spielen, ungefähr 6 an der Zahl. Deswegen habe ich einiges an Material und einiges an Gameplay erspielt und kann euch sagen, Stealth ist super wichtig. Ich plane Videos zu diversen Themen, zu Stealth, zu Kampf und weiteren Dingen, deswegen gerne hier dauerhaft mit dabei bleiben, falls noch nicht getan. Lass uns aber nochmal einen kurzen Augenblick Zeit nehmen, um uns das Spiel hier anzugucken, nämlich Dragon Hair Silent Gods. Das Ganze ist ein Open World Team RPG im Western Fantasy Style, passt also ziemlich sicher gut zu euch. In dem Spiel werden Tabletop RPG Elemente von Klassikern wie D&D kombiniert, also mit dem klassischen Würfelrollen. Dazu kommen dann noch Character Creation und Dungeon Duelle. Dragon Hair ist das einzige Online Game, was bei der diesjährigen Apples WWDC im Juni gezeigt wurde. Wir sind die Spieler, die eben auf einer Quest unterwegs sind. Wir wollen verlorene Erinnerungen wieder erlangen und Kräfte. Wir können uns einen einzigartigen Charakter erstellen aus drei Völkern, vier Klassen. Und wir können dann auch nochmal mit Attributen wie Stärke, Intelligenz und Charisma spielen. Das Ganze ist ja ein Sandbox Open World Game. Das Kampfsystem hat einige strategische Elemente. Wir haben ja einen Hero Roster. Das heißt, wir können aus ungefähr 200 Helden wählen, sechs Elementartypen, neun Moraltypen. Also überlegt euch, wie ihr handeln solltet mit eurem Charakter. Und 21 Klassen, die dann zu eurem Spielstil hoffentlich passen. Wenn ihr Bock auf so ein cooles Game habt, dann geht gerne über den QR-Code oder natürlich in den Link in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr sogar gratis Beschwörungen bekommen und die Chance auf legendäre Helden, die euch dann im Kampf begleiten. Windows, Mac, Epic Game Store, iOS und Android, da könnt ihr es spielen. Und zwar ab dem 19. September. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt schon rein. Dieses Gameplay hier habt ihr schon mal bei mir gesehen. Es handelt sich um eine Mission, in der man in ein Lager eindringen muss mit richtig vielen Gegnern. Und das habe ich tatsächlich zum ersten Mal Stealthy gespielt. Kurzer Hinweis zum Let's Play ist aktuell offline genommen auf meinem zweiten Kanal. Also da nicht vergeben suchen. Ich bin da aktuell noch in Klärung, ob man da was machen kann. Aber ich glaube, Ubisoft möchte einfach nicht, dass lange Let's Play Passagen zu dem Game mit dem Spiel, ja, öffentlich sind. Hier auf jeden Fall, ganz klar, konnte man natürlich so in den letzten Teilen auch schon so spielen, wie ich es jetzt hier spiele. Also das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich verstecke die Leichname, gehe wirklich zwischendurch mal ein bisschen taktischer vor, gucke mich um in Ruhe, probiere dann irgendwie einen guten Weg zu finden, einen guten Pfad, um eben unentdeckt hier zu bleiben. Natürlich kann man agieren mit diversen Tools. Und die sind natürlich auch super wichtig, gerade für Stealthy. Warum ist Stealth so wichtig? Weil der Kampf, naja, sagen wir, nicht ganz so easy ist wie in den Teilen davor. Es ist möglich, gegen Gegner zu kämpfen, auch im offenen Kampf zu gewinnen. Parieren und killen ist zurück, so als kleine Hommage an die alten ACs. Aber man sieht, es ist auf Stealth ausgelegt. Ja, das muss man nicht machen. Habe ich im gestrigen Video vielleicht nicht ganz so klar formuliert. Man sieht klar den Fokus und was man eher machen sollte. Und das, finde ich, ist eine ziemlich gute Sache. Es zeigt, es geht in eine ganz gute Richtung. Wir arbeiten halt natürlich nicht nur mit unseren normalen Tools, sondern auch mit der Umgebung. Da steht wieder einiges zur Verfügung von runterfallenden Gegenständen über Feuerwasen und Co. Damit kann man dann arbeiten. Aber viel wichtiger sind natürlich noch die Tools. Ich darf euch ja die Tools gerade leider nicht zeigen im Menü. Aber ich kann sie euch im Toolrad zeigen. Und da seht ihr schon mal einige, die uns zur Verfügung stehen. Natürlich die Fackel, die kannst du auch werfen, zur Ablenkung benutzen. Vielleicht kannst du damit sogar ein Feuer legen. Ich habe übrigens noch nicht probiert, einen Wurfdolch durch die Fackel zu werfen. In Odyssey konnte man ja richtig cool durch seine Fackel durchschießen mit einem Bogen. Wurfmesser natürlich der absolute Klassiker. In super vielen Situationen brauchbar. Du kannst die Wurfmesser auch aufwerten. Entweder machen die deinen Giftschaden oder du hast mehr Wurfmesser. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch eine dritte Aufwertung gab. Auf jeden Fall kannst du jedes Tool noch mal verändern. Und das finde ich ziemlich cool. Dann haben wir hier nochmal Noisemaker. Die machen halt einfach Geräusche. Auch da die Möglichkeit, das super cool für Stealth zu nutzen. Finde ich sehr, sehr sinnvoll. Das hier ist einfach nur ein Trank. Dann haben wir ja noch eine Smokebomb. Ja, die ist ja auch ein Klassiker in Assassin's Creed. Super, super wichtiges Tool meiner Meinung nach. Smokebombs kann man nicht genug mit dabei haben. Die sind in allen Situationen so praktisch. Du wirfst sie auf ein Ziel drauf. Attentat unerkannt weg. Du machst sie unter dich. Fließt. Du machst sie in eine Gruppe Gegner. Kannst die Gegner mit Attentaten killen. Super viel Usable. Super viel Flexibilität, was die Smokebomb angeht. Dann gibt es natürlich noch die Falle. Oder Giftfalle. Und die ist auch extremst stark. Dadurch werden die Gegner gestaggert. Du kannst sie einfach töten. Ist total easy damit. Super, super praktisch. Also die Tools sind alles, was Mirage eigentlich bietet, um dein Stealth-Gameplay aufzuwerten. Und mit den Tools bist du halt ein ultimativer Assassine. Ohne bist du halt deutlich schwächer. Ich würde wahrscheinlich klassischerweise erst mit dem Wurfdolch anfangen oder so. Und mich dann eben weiter vorarbeiten. Ich glaube, dass das Spiel dir das eh vorgibt. Das weiß ich nicht. Weil wir sind von aller Mut wirklich hier direkt in so einen Meister-Assassin-Speicherstand gegangen. Wir sind noch kein Meister, aber fast an der Stelle, soweit ich das weiß. Und werden es dann. Ja, und ihr seht hier dann auch nochmal, wie krass die Tools gleich für mich wichtig sein werden. Was ihr auch seht, ich habe ja da oben so einen Skillpunkt. Den kann ich auf jeden Fall eines Tages mal verteilen. Das Umskillen ist auch ziemlich flüssig und easy möglich. Du kannst immer deine Skillpunkte neu verteilen. Das heißt, theoretisch kannst du auch richtig schön viel ausprobieren. Ähm, ja, auch natürlich gibt es Skillpunkte, die du für Stealth-Gameplay nutzen solltest. Die Skills darf ich euch auch noch nicht zeigen, aber ich kann gleich ein bisschen darüber reden, wenn ihr das mögt. Generell hat mich Mirage gelehrt, nochmal ein bisschen entspannter zu sein, ein bisschen ruhiger zu spielen. Ja, nicht immer. Manchmal gehe ich dann doch einfach drauf los, konnte mich dann aber nochmal irgendwo verstecken, im Wasser und so weiter. Ist halt super praktisch. Und viele haben ja auch schon kommentiert, Stealth und Fragen hat, das passt nicht zusammen. Hier hat es sich aber nicht komisch angefühlt. Also, das war wirklich eine Sache, wo ich sage, ja, doch, ergab irgendwie Sinn. Klar, äh, habe ich da jetzt zum Beispiel gerade übelst reingefochelt. Macht aber nichts. Du kannst dann natürlich fliehen, den Kampf erstmal beenden und dann von vorne und in Ruhe nochmal anfangen. Ja, und wie gesagt, ich darf euch das jetzt nicht zeigen. Ich kann es euch nur vorlesen und drüber reden. Warum, verstehe ich ehrlicherweise auch nicht. Wir haben als ersten Skill den Kickback. Nach einem erfolgreichen Parieren kannst du E drücken. Das ist Teil des Phantom-Skill-Trees. Es gibt Phantom, Strixter und Predator und alle haben irgendwie, ja, Stealth-Skills dabei. Der zweite Skill ist Breakfall. Das ist eigentlich nur ein sanftes Fallen. Als drittes haben wir dann aber schon den Assassinen-Fokus. Und ihr kennt ja diese Ketten-Assassination, mit der du dich auch teleportieren kannst. Ziemlich starkes Ding. Das wird auf jeden Fall richtig Spaß machen. Als viertes im Phantom-Tree haben wir dann auch schon die Chain-Assassination. Das ist ein klassisches Ketten-Attentat. Du machst einen Attentat und dann noch ein Wurfmesser. Wichtig, du solltest immer Wurfmesser dabei haben. Deswegen ist es vielleicht auch interessant, das Upgrade zu nehmen, dass du mehr Wurfmesser dabei haben kannst. Der nächste Skill heißt Airstrike. Und das ist eigentlich nur ein Slow-Time, wenn du in der Luft runterfällst und mit Wurfmessern werfen willst. Ja, dann haben wir noch den Counter-Roll. Das ist auch wieder aus Valhalla. Du rollst über den Gegner drüber, wenn der so eine rote Attacke macht und stichst den dann von hinten. Als nächstes noch der Focus-Boost. Dann wird sich deine Focus-Bar schneller auffüllen nach jedem Kill. Ja, im Trickster-Baum, in dem zweiten Skill-Tree geht es viel um Tools. Und das Letzte, was da auf jeden Fall hervorzuheben ist, ist der Engineer. Du kannst jedes Tool auf Stufe 3 normalerweise aufwerten. Du musst in jeder Stufe dir einen Perk aussuchen. Auf Stufe 1 gibt es drei Perks. Einen davon kannst du aussuchen. Dann kommt Stufe 2, da kannst du einen aussuchen. Dann Stufe 3, da kannst du einen von Zweien aussuchen. Und der letzte Skill aus diesem Trickster-Tree, der schaltet dir frei, dass du aus Stufe 1 zwei Perks aussuchen kannst. Also deine Tools nochmal deutlich mächtiger werden. Aus dem Predator-Baum, da geht es um Sicht, um Stealth, um Markieren von Gegnern, um Enkidu. Da geht es wirklich darum. Ansonsten ist auf jeden Fall der Phantom-Tree mit der interessanteste für Stealth-Gameplay. Es gab ja mal vier Skill-Trees. Die wurden allerdings entfernt, beziehungsweise verschlankt. Auf drei, hatte ich gestern schon gesagt, habe ich ihn im Interview erfragt. Und das haben sie ganz klar kommuniziert. Ich persönlich bin zufrieden mit dem Stealth-Gameplay. Ich bin auch zufrieden damit, dass es sich so ein bisschen anfühlt wie Invalhalla Origins Odyssey. Mit dem Parcours, der so ein bisschen das anders macht. Du bist nicht mehr komplett mobil. Du musst gucken, wo kannst du rüber und wie spielst du mit deinem Stealth da drumherum. Und du bist natürlich komplett abhängig von den Tools, was du in den alten Spielen ja vielleicht nicht so warst. Was heißt komplett abhängig? Du kannst es natürlich auch so spielen, dass du dich in die Ecke setzt, pfeifst, einen Gegner mit einem Attentat ranholst, in so einer Umkleide stehst, den nächsten Gegner ranpfeifst. Das ist aber nicht das coole Gameplay. Das coole ist eher so Gegner ablenken, Smokebomb auf den einen, Attentat und komplett unentdeckt wieder raus. Was ja auch oft eine Bedingung für Missionen ist. Es gibt verschiedene Bedingungen, die du in optionalen Missionen erfüllen kannst. Zum Beispiel hier in der Mission der Botanist, die wir exklusiv dort spielen durften. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall nochmal Remain undetected gehabt. Ich habe es nicht gepackt an der Stelle, war mir aber auch egal. Ich bin einfach reingejodelt. Hier habe ich auch viel mit Fallen gearbeitet. Und ja, das war echt eine ganz coole Mission, weil du musstest so Kisten finden, die markiert sind. Und ich habe es am Anfang auch nicht gecheckt. Du musst halt die mit dem fetten X drauf öffnen. Ich habe einfach alle geöffnet. War zum Glück nicht der Einzige, der das so gemacht hat. Und dadurch wurdest du dann die ganze Zeit vergiftet. Ja, so viel kann ich euch zu Stealth sagen. In Assassin's Creed Mirage macht eine Menge Spaß, meiner Meinung nach. Ergibt auch Sinn, Stealth zu spielen. Wir sprechen demnächst noch über den offenen Kampf auf jeden Fall. Mal gucken, wann das soweit ist und haltet die Augen auf jeden Fall auf meinen Kanälen offen für weitere Infos und Videos zu Mirage. Falls ihr Bock habt, mich zu supporten, dann gerne noch in Tower of God in der Videobeschreibung reingucken. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten und ich sage Tschüss, euer Füß. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie die Knie. Wir chillen auf Plötze erst und jagen auf Thierry. Willi hat es kalt, wie der Winter ist geliebt. Er will ja den Fährer, doch er hat sie nicht verdient. Er braucht keinen Spell, er ist heiß, nur wie die Knie. Wir chillen auf Plötze erst und jagen auf Thierry. Willi hat es kalt, wie der Winter ist geliebt.